Willkommen, es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fieger sind einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. 17 Euro auf Ehrenbeer gegen Bad Sohn, ich hab's definitiv weggemacht. Für das TINA-Talk am Montag heute in etwas kleinere Runde. Heute sind wir nur zu dritt. Die Spielabsagenflut ging auch nicht an uns Redakteuren vorbei. Mussten einige Absagen hinnehmen, personeller Seite. Aber wir wollen natürlich trotzdem über das Fußballgeschehen reden, weil es wurde ja trotzdem ein bisschen gespielt. Unter anderem gab's in Mittelhessen, in 2 zu 2, Johannes Steinbach hat den Punkt geholt. Du hast, glaube ich, gefühlt zwei Spiele gesehen. Einmal 85 Minuten lang Bad Giermes, alles im Griff. Und dann das Comeback des SV Steinbach, womit du nicht gerechnet hast, um es in deinem Stil zu sagen, du hättest wahrscheinlich jemand Euro drauf gesetzt. Nee, nee, also da nicht mal mehr im Cent, weil das Spiel war eigentlich so klar vom Spielverlauf her, dass da eigentlich nichts mehr drin war für Steinbach. Wobei, weil Giermes, sie haben halt auch ihre Besten ausgewechselt vorher schon. Ein Sechser, Stürmer, rechts außen. Das war schon so ein bisschen merkwürdig. Haben dann immer mehr die Konzentration verloren. So nach der 60. Minute wurde schon ein bisschen schleppender. Aber es war dann so, dass Steinbach da irgendwie nur einen Schritt ins Spiel bekommen hätte. Und dann machst du nach, noch stand da das 2-1. Und das war ein unfassbarer Hallowacheffekt. Da ging sofort ein absoluter Huck durch die Mannschaft. Absolut vorbildhaft. Und dann war es nur eine Frage, wann es fällt. Also da war es dann nur eine Frage, wann es fällt. Das ist 2-2. Und ich sage 5 Minuten länger und dann gewinnt es wahrscheinlich sogar. Aber nach der 2-90, nach dem 2-2 war das Spiel auch rum. Zwei wunderschöne Tore, muss man auch dazu sagen. Und ja, war schon okay. Ja, vorher ging ja im Spiel aber trotzdem erstmal relativ wenig. War das jetzt vielleicht die Wende? Oder muss man halt sagen, okay, das war ein Punkt für die Moral? Also es war ein Punkt für die Moral, das auf jeden Fall. Ob es die Wende war, weiß ich nicht. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es aktuell von der Qualität her, die was da auf dem Platz steht, ja, ob das jetzt Hessenliga ist, schwierig. Also von hinten bis vorne, es ist sehr, sehr... Da gibt es noch welche, die so komplett außer Form sind, die so in so einem Loch drin sind. Es gibt natürlich auch Positivbeispiele wie Pascal Manns, der da wirklich einen riesigen Job macht, der Junge. Da muss ich echt sagen, Hut ab, wie der sich auch aufopfert. Aber das ist natürlich auch noch kein Hessenslieder-Spieler. Der braucht noch Zeit. Ist doch von der Jugend, da kam aus der Jugend raus. Der kam aus der Jugend raus. Und der spielt da 90 Minuten. Also es ist... Man muss wirklich das nächste Spiel abwarten, um da zu sehen. Aber ich kann schon mir vorstellen, dass da ein Ruck durchgeht und jetzt musst du einfach mal ein Halbspiel gewinnen. Das ist einfach gut. Und sie sind nicht mehr am Abstiegsplatz. Also wenn nichts aus der Regionalliga kommt, würde der Platz schon reichen. Und da siehst du, wie eng das unten ist und was auch möglich sein wird. Wir können ja mit einem Auge auf die Regionalliga gucken. FSV wird sehr, sehr eng, aber Stadtallendorf mit dem Ante Marketsitsch wieder gewonnen. Ich glaube jetzt 18 Punkte. Also auch nochmal, wenn es jetzt nicht unsere Region ist, aber Hut ab, was Stadtallendorf da leistet. Also kann man nur gut vorziehen, weil, sind wir mal ehrlich, da sind wir eigentlich alle davon ausgegangen, das geht dann ja wieder runter. Und weil sie jetzt schon an Punkte geholt haben, 18 Punkte, wenn sie die am Sonnenende hätten, hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist natürlich gut verkauft, das Jahr überhaupt. Gut, wir sprechen über Qualität, da müssen wir über Borussia Fulda sprechen. Du sagst, Heimspiele muss Steinbach gewinnen, Borussia Fulda Auswärtsspieler. 1-1 in Ginsheim, kein Fisch, kein Fleisch. Hat er mal die Nummern vor zwei Wochen gesagt, kann man jetzt wahrscheinlich wieder anwenden. Ja, gefühlt kann man es die ganze Saison anwenden, weil irgendwie so richtig die Konstanz bekommt Borussia Fulda aktuell nicht rein. Ich glaube, drei Siege in Folge gab es noch gar nicht in dieser Saison. Das unterscheidet Borussia gerade so ein bisschen von den anderen Mannschaften, würde ich sagen, weil 3-1 auch nicht gut gestartet, aber die haben jetzt halt wirklich eine Serie hingelegt. Die sind jetzt oben dran, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen, sind sie auch Erster. Und Borussia Fulda immer noch zurück mit den Spielen, aber ich weiß nicht, ob man die Hoffnung haben kann, dass die wirklich die Maximalausbeute daraus holen, weil so wie die bisherige Saison gelaufen ist, war halt noch keine Konstanz drin. Du sprichst Nachholspiele an, es ist jetzt eins am Mittwoch gegen Fliegen und danach das andere Nachholspiel ist ja gegen Dreieich. Also es ist auch nicht leichtes Programm. Richtig. Auffällig ist sowohl bei Borussia als auch bei Fliegen viel Standard-Situation. Also das Tor von Leon war ein Elfmeter. Fliegen trifft auch wieder nach einer Standard-Situation. Fliegen, unglaublich guter Start. Hat eigentlich keiner mit gerechnet, oder? Also auch bei dem Programm, dass sie jetzt schon so viele Punkte haben und der Maik moderiert es anders. Ohne ihn jetzt, ich sag mal vor zwei Jahren, hätte er sich, glaube ich, wäre er richtig stolz gewesen. Schön sagt er, nee, nee, nee. 19 Punkte erst, wir müssen weiter sammeln. Gegen Borussia jetzt am Mittwoch. Ich sag mal, da ist was drin, oder? Ja, da ist immer was drin, weil es extrem unbequem zu bespielen ist. Für den Gegner ist Fliegen unfassbar unbequem zu bespielen. Und es hört sich dann immer an, es ist nicht nur SV Schaub, aber sie kriegen auch wenig Gegentore. Also es ist schwierig, gegen sie zu treffen. Sie ist eine unglaublich großgewachsene Mannschaft, die bei jeder Standard gefährlich werden kann. Letzte Woche waren es auch, glaube ich, zweimal Götze Freistöße, jetzt diese Woche wieder im Standard. Und es ist unfassbar unbequem zu bespielen. Und gerade, wenn man einen Schaub einen guten Tag erwischt, dann wird es für jeden Gegner schwer. Und die haben auch noch keine Klatsche gekriegt dieses Jahr. Also es ist auch, selbst in den Topspielen, das sieht gut aus. Sie machen da einen klasse Job und da kann man immer nur sagen, Hut ab. Und ich glaube schon, dass für die am Mittwoch auch wieder was drin sein wird. Ja, das auf jeden Fall. Man hat ja auch das Hinspiel gesehen, 2-0. Auf einem großen Platz auch. Auf einem großen Platz auch. Ich glaube, der Druck wird ja immer groß oder ist jetzt sehr groß wieder. Wobei, da haben sie bislang ja eigentlich Meistern auch geliefert, wenn sie mussten. Plus, sie haben immer die Spiele, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt sind sie drin. Da haben sie ja was hergeschenkt. Nichts hergeschenkt, im Moment Eichenzell. 7-0 gegen großen Hüther. Also mich verwundert es nicht, dass sie gewonnen haben. 7-0 ist natürlich eine klare Ansage, Koldi. Weil auch großen Hüther sehr gut dastand. Aber war es für dich denn verwunderlich? Die Höhe ja, weil großen Lüder auch wirklich gut drauf waren in letzter Zeit. Aber Eichenzell hat schon in Müs, glaube ich, genau so hochgewonnen. 7-0. 5-0 gegen Rotemann. 5-0 gegen Rotemann. Also, ja, bei Eichenzell hat man wirklich das Gefühl, okay, jetzt sind sie wirklich in der Saison drin. Seit einigen Wochen. Die gewinnen ihre Spiele souverän. Ich glaube, die hätten auch in Thalau am 3. Oktober was mitgenommen. Wenn da nicht, ja, vielleicht kam Thalau die Spielabsage ganz gelegen. Ich weiß es nicht, will ich nicht beurteilen. Aber so generell wie Eichenzell gerade in Form ist, da passt so ein 7-0 gegen großen Hüther auch ins Bild. Ich denke, großen Lüder weiß das einzuordnen. Die können mit einer Niederlage in Eichenzell sowieso leben. Und ja, 0-7 ist zwar heftig, aber die spielen bis jetzt so eine gute Saison. Torefall ist es zählen nicht mehr. Es ist eine schlimme Momentaufnahme und eine schlimme Momentaufnahme, je nach Betrachtungswinkel. Aber gerade zu Null im Moment, das muss man ja auch mal erwähnen, Eichenzell war ja immer für Gegentore gut. Das haben sie extrem stabilisiert. Stabilisiert hat sich auch Bachein. Da ging ja am Anfang gar nichts. Das haben sie drei Siege in Folge. Wie schätzt du es ein und glaubst du, dass sie sich von unten noch ein bisschen absetzen können? Weil im Moment gibt es ja eigentlich kein wirkliches Mittelfeld in der Liga. Ne, Mittelfeld gibt es nicht. Das geht so bis 20 Punkten. Das ist ein riesiges Loch. Und Bachein gehört ja in der unteren Hälfte an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bachein am Ende was mit einem Abstieg zu tun haben wird. Sie haben sich jetzt noch ein bisschen überrappelt. Und es ist ja auch qualitähende Mannschaft. Also dein Bruder, Patti, dein Cousin Philipp, die ganzen Ex-Wing-Fälle, die Ohneisers, in Maurus Glüber, in Raphael Link, ganz gestandener Spieler. Trotz, dass die so viele Verletzte haben, ist es ja immer noch eine gute Mannschaft, die oberes Gruppenliganiveau hat. Nicht für ganz oben, aber da gibt es ja viel, viel schwächere Mannschaften von der Qualität, von der Erfahrung her. Und sie haben es hingekriegt, sie sind ruhig geblieben und haben jetzt wirklich dann drei Siege in Serie Müß, Ehrenberg und Bronzell. Also das waren auch Mannschaften, die du erst mal schlagen musst in Serie. Und von daher glaube ich schon, dass sie sich befreien werden. Obwohl der Abstiegskampf wahrscheinlich, ja, ein sehr, sehr breites Feld haben wir dieses Jahr. Letztes Jahr. Du sprichst Ehrenberg an, noch mal einen Satz, Kollege Ehrenberg jetzt eigentlich super gestartet, jetzt aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, der ist auch gegen Gegner, also zu Hause gegen Großen Lüder verloren. In Bahrain, okay, jetzt am Wochenende das Remix. Gegen Kertzell war eine riesen Chance jetzt, die sie doch leichtfertig hergeschenkt haben. Die haben ja schon, also in Kertzell musst du ja fast nur einen Punkt zufrieden sein, nach dem Spielverlauf, wenn du 0-2 und 2-3, ich glaube eine 88. Minute passieren sie das. Ja, kommt für mich auch so ein bisschen überraschend, weil Ehrenberg war immer so die Mannschaft mit Thaler und Einzel, die man eigentlich ganz oben gesehen hat. Jetzt lassen sie so ein bisschen federn, während die anderen punkten. Ja, aber ich glaube, die werden sich auch fangen und auch schnell fangen. Aber wo fangen? Gefangen hat Kevin Mood im Ballett beim 3-Spielmann-Dieter. Aber die Hand Gottes beim Spiel Lütter gegen Oberstädt-Zündersbach war da. Ich will nicht sagen, wie Diego Maradona machte das Tor, aber naja, sie ist halt, wir haben es, glaube ich, an das Video gesehen, ist schon ein Graubereich. Wie hast du die Szene wahrgenommen und das Spiel? Also die Freunde von Elfreunde haben es ja getickert, unsere Freunde mit dem Sinne. War natürlich passender Rahmen auch für das Spiel. Ja, aber der Kollege von Elfreunde hat es, glaube ich, auch nicht gesehen. Der stand hinter der Szene, hat wohl über den Live-Videos sehen können. Von daher kann er auch sein... Er war, glaube ich, auch befangen. Er stand ja neben dem Vater. Ja, er stand ja neben dem Vater und Kevin Mood, ja. Empfehlen wir allen das Video mit Vater Kevin Mood und Max Dinkel, einer Kollegen von Elfreunden. Aber ich glaube, er konnte es aus der Perspektive, kann auch nicht sehen, dass das Hand war. Ein Schiedsrichter muss es sehen, meiner Meinung nach, weil es war halt mit ausgestrecktem Arm. Und also viel klarer geht es nicht. Es ist halt immer schwierig. Ich würde dir die Frage stellen, was würdest du zu einem Spieler sagen, der so das Siegtor oder wie auch immer macht? Was würdest du sagen? Ich habe viel Lust hier an mir. Ja, aber was würdest du deinem Stürmer-Nahm-Spiel sagen? Ja, klar, schwierig. Schwierig. Also du freust dich ja dennoch über die drei Punkte. Es ist natürlich höchst unsportlich, da brauche man darüber zu reden. Manche würden für so eine Szene die rote Karte fordern. Da bin ich eigentlich auch ein Freund davon, um sowas Einhalt zu gebieten. Ob ich jetzt zum Schiedsrichter hingehen würde und würde sagen, hier, pass mal auf, ich habe das Tor nicht gemacht. Das ist ein Mittelstürmer. Das ist ein 1, ne? Das ist ein Mittelstürmer. Ganz, ganz schwierige Situation. Also da kann man, da gibt es glaube ich viele, viele Meinungen und es gibt keine richtige Meinung. Die richtigste Meinung wäre natürlich, ich gehe zum Schiedsrichter und sage, hier, sorry, das war ein Handspiel. Gebt das Tor nicht, gebt Freistoß und von mir aus noch gelb. Aber wer würde es machen in der Szene? Du stehst vor allem, es ist nicht das 4-0, es ist nicht das 4-0, sondern es ist 1-1 im Top-Spiel. Es spielt auch nicht der Neute gegen den Elften, sondern es ist wirklich Top-Spiel. Voll Adrenalin, voll Adrenalin, du stehst ja unter Vollstrom und wir kennen Kevin mit allen Abwasern gewaschen. Das ist ja wirklich so, das ist eine Kante, eine Sturmkante, der arbeitet mit allem, der will Toren machen, dafür ist er da. Er ist ja eigentlich auch ein Funskerl, das muss ich dir nur noch zusagen. Das ist ein Funskerl, das ist ja ein Riesentyp, mit dem unterhält man sich gerne, mit dem steht man in der Altstadt gerne an der Theke, also das ist wirklich ein Funskerl. Letzter Punkt, müssen wir natürlich über die Spielabsagen, wir haben jetzt Anfang Oktober und man muss jetzt auch dazu sagen, die Spielabsagen gestern, also wer gestern gespielt hat, der weiß, das hat ja ein bisschen geregnet, so in die Plätze, also sie in der entsprechende Ausruhe gespielt wurde. Trotzdem muss man natürlich jetzt die Frage stellen, wie soll das weitergehen, weil wir haben jetzt Anfang Oktober, wenn es jetzt schon losgeht, es sind jetzt 10, 11, 12 Spieler geabsorbiert, wann sollen die Spieler A nachgeholt werden und B ist natürlich auch die Frage, wie kann man das verbessern, also ich wäre jetzt mal Traum, ich bin ein Freund vom Sommerurlaub, die Spieler fahren ja inzwischen sowieso weg, wie sie wollen, egal in welchen Dingen, spreche ich auch aus Erfahrung und so und von daher muss man, Harald, Bohr, Kleber, Ohnton. Ja, muss man aber ganz klar sagen, wäre es nicht sinnvoll, man sagt im Sommer, okay, aufgrund des Wetters, wir machen eine kürzere Sommerpause und denen den Winterausfall, es fällt ja eh schon viel aus und ich meine, die hessensiger Spiele sind inzwischen bis in den Dezember terminiert, Verbandstiger glaube ich bis Ende November, wann sollen die Spiele stattfinden? Ich wäre sowieso ein Freund davon, von, was weiß ich, Ende März bis Oktober die Saison gespielt und dann ist es halt frei, dann hast du dir eine Vorbereitung gespart als Trainer, als Mannschaft, du hast dann wirklich mal zwei, drei Monate, die du frei machst, also ich wäre sowieso für diese Spielplanreform, die es aber nie geben wird, weil wo willst du den Schnitt setzen, du kannst ja nirgendwo, du musst ja von der Bundesliga angefangen, das umstellen, das wird es nicht geben, weil du kannst ja keine Mannschaft sagen, in der Hessenliga steigst du auf und jetzt hast du auf einmal einen anderen Spielkalender, das funktioniert ja nicht, aber meiner Meinung nach, wäre das, die sind schon im Allianz, eigentlich wäre die WM-Quartar ein paar Zeitpunkt, um das einzuführen, auf großer Ebene, wird es aber nie dazu kommen, bin ich mir sicher, an Weihnachten spielen, ja, hatten wir früher, aber irgendwann will man halt auch mal Schluss haben. Es steht ja in England zur Debatte im Ende, weil Thema, dass irgendein Spiel von Liverpool auf den 24. legen wollen, hat Klopp natürlich gleich gesagt, ob sie es noch alle hätten, also wir wollen auch mal irgendwann Weihnachten feiern, weil am 26. sind ja die nächsten Spiele, letzte Sache noch, Colli, du bist selber Spieler, wie ist es denn auch für euch Spieler, man muss ja auch irgendwo mal planen, es ist ja schwierig, oder soll man dann mehr Spiele jetzt im Sommer ausführen, da hat man natürlich dann ganz, ganz viele Spiele, kaum Pausen, was sind denn deine Erfahrungen als Spieler, wie könnte man das denn am besten angehen? Also generell finde ich es immer am schlimmsten, wenn irgendwas im Oktober ausfällt und hinten drangehangen wird am November, weil du weißt genau, dass diese Spiele eh nicht stattfinden, weil dann eh noch Kollektivabsagen kommen, aber erst mal so im Kopf, okay, jetzt musst du doch zwei Wochen länger trainieren, musst du zwei Wochen länger im Rhythmus bleiben, kannst du eigentlich auch nicht verplanen, weil es ist ja auch blöd, wenn du da noch die Urlaub hinlegst, ja, ich glaube, die WM Katar hätte dann vielleicht eine gute Sache, die ganze Vergabe, wenn man da irgendwas ändern würde, aber ja, wie du schon sagst, es wird nicht passieren, von daher werden wir wohl nächstes Jahr, an diesem Zeitpunkt, wohl genau darüber sprechen, nächste Woche wahrscheinlich Wetter, und nächste Woche sowieso, also hoffen wir auf den Wettergott, die Hand Gottes haben wir schon gehabt, vielleicht hilft der Wettergott ja, dass das Wetter wieder ein bisschen umschwingt, dass wir zumindest ein paar Spiele durchbekommen, ansonsten, vielen Dank für die Zuschauer und bis nächste Woche. нес morgens – ich auch in